Hi zu Pocket Risms for Drums. Mein Name ist Dirk Brandt und ich möchte dir einige Tipps, Anregungen zum richtigen Üben für dieses Buch geben. Ungewöhnlich scheint dir vielleicht zu sein, dass du jeden Groove-Part, Hi-Hat, Bass-Drum, Snare-Drum und getretene Hi-Hat einzeln notiert vorfindest. Besonders bei komplexen Figuren ist es fast unmöglich, diese Parts alle auf einmal zu erfassen und sie direkt als Groove zu spielen. Du solltest dich am Anfang zunächst mit jedem einzelnen Groove-Part beschäftigen, um ihn zu verinnerlichen. Achte auf eine genaue Ausführung deiner Bewegungsabläufe, z.B. beim Spielen der Akzente. Übe langsam am Anfang, um diesen Bewegungsablauf zu festigen, damit du ihn später abrufen kannst. Danach kombinierst du diesen Groove-Part mit einem anderen und so weiter, bis du nachher den kompletten Groove zusammensetzen kannst. Durch dieses Übe-Prinzip prägst du dir sehr stark deine Bewegungsabläufe im Gehirn ein und erzielst dadurch eine verbesserte Unabhängigkeit und erweiterst somit auch enorm dein Groove-Vokabular.